Seit 2005 forscht Lifetime Products ausgiebig auf dem Markt für Freilagerungsprodukte. Im verfügbaren Angebot haben wir verschiedene Stärken, aber auch manche Schwächen gefunden. Lifetime hat die Stärken ausgebaut und die Schwächen behoben, um ein Sortiment von Freilagerschuppen zu entwickeln, das dem bisherigen Marktangebot überlegen ist. Die Wandplatten der Lifetime Schuppen bestehen aus hochdichtem Polythylen mit Stahlverstärkung, für Haltbarkeit und minimale Wartung. Im Gegensatz zu Holzschuppen kann unser UV-geschütztes Polythylen weder reißen noch ausbleichen. Polythylenschuppen müssen Sie niemals streichen oder lackieren. Lifetime Lagerschuppen widerstehen Rost und Beulen, die in Schuppen aus Metall auftreten. Die stahlverstärkte Doppelwand schützt unsere Schuppen gegen Schnee, Wind, Regen und andere Witterungseinflüsse. Die Stahlverstärkungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Wandplatten, Türen und Dächern und erzielen damit Bestnoten für die Schneelast- und Windwiderstandsleistung. Lifetime bietet Lagerschuppen in verschiedenen Größen. Von kompakten Werkzeugschuppen von 240 x 75 cm bis zu 3,3 x 6,4 m großen Garagen sowie zahlreiche Zwischengrößen. Die Schuppen von Lifetime sind geräumig. Sie haben ausreichend Kopf- und Lagerraum sowie feste Fußböden mit Antirutschbelag. Bei Lifetime meinen wir, dass ein Schuppen anziehend wie ihr Heim aussehen sollte. Mit ihren Fenstern, simulierten Dachziegeln, Dachluken und optionalen Fensterläden ergänzen Lifetime Schuppen ihren Garten auf attraktive Weise. Das mitgelieferte Zubehör hilft, Lifetime-Schuppen organisiert und zweckmäßig einzurichten. Diese Eigenschaften werden Ihnen sicher gefallen. Verstellbare Regale, Dachluken, Aufhängerleisten, verschließbare Türen, verschließ- und belüftbare Fenster und Luftzüge mit Schutzgittern. Sie können Ihren Schuppen auch gern mit Ausbau-Kits vergrößern. Vertrauen Sie auf die Heimkette.